Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hof Bergmann. So, wir starten wieder neu. So, das machen wir zack. Oha, das muss noch mal schieben. So sollte es passen. Rentschalten, abgesenkt ist noch. Und Attacke. So, weiter gehts. So, vielleicht haben wir das Feld auch angesät komplett. Ja. Ne, die Fünf ist nicht erst die Vier. Das war ja noch. Hä? Schreibt ihr noch ein Feld? Ich bin gleich fertig mit Ende, aber schreibt ihr noch ein Feld? So. Ja. Ich muss wieder die beiden weg lassen. So, die還是. Warum? Ich bin wieder weg. So fast geschafft. Kappel die Nase, ach man, was lästig. So. Sollten noch 2 Bahnen sind, dann sind wir durch. Ich hab wieder Weizen gemacht, egal. Die 1 und die 5 machen wir Weizen, das nächste machen wir dann wieder Kapps. Sollte dann auch reichen für Dienstpunkts. Für die Getreidetrocknung und Saatgutherstellung. Sollte Betis dann reichen. Das hab ich aber gepennt gehabt, wo ich schon angefangen hab mit anbesehen. Das ist jetzt auch egal. Das war mein Fehler. Wenn du nicht richtig guckst, hast du dann das Problem. So. Die Betten haben wir so. Dann machen wir dann Raps. Sollte das Problem sein. Das war zwar nicht. Damit findest du nicht richtig gut. Sollte das. kommen das war gleich Feldnummer 5 ach 5 ach 5 mal gucken ein wenig Feldnummer aber manchmal habe ich da ein wenig ein paar Step so schalten wir auch noch mit und absetzen und absetzen und absetzen und absetzen und absetzen und absetzen So, weiter geht's. Und weiter. So, 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 jetzt machen wir so ein Schubschen hier. So, ein Stück näher ran. So, das sieht gut aus. So, und let's go. So, weiter. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, und weiter. Oh, das sind die Klingeln. Das machen wir immer nie auf lautlos. Ich habe es gleich wieder gedrückt. Halt. Ich habe es gleich wieder. So, das ist die Klingeln. Oder Raps ist alles. Kann man eigentlich nachfüllen. Ist gleich Saatgut alle. Nachfüllen fahren. Das bringt nichts mehr. Das bringt nichts mehr. Oh, das ist die Klingeln. Oh, das ist die Klingeln. Oh, das ist die Klingeln. So, das ist die Klingeln. So rum hier. Und zücken. Mit den Teilen da passt. Umladen. Und dann geht's auch. So. Oh, das ist die Klingeln. Oh. 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 Oh, oh. Oh. So, boom, hier. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, einschalten. So, Dilly. Okay, irgendwann müssen wir bis zum Ende kommen. So, weiter geht's. Weiter geht's. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. So, weiter geht's. So, up. So, up. So. Und wieder weiter. Ho-ho-ru-n-da-im-ma-mun-da. Wie das schon sagt. So. Und um. Bahn für Bahn nähern wir uns den Wände. Ob die Züge schon unterwegs gerade, aber geht. So. Haben wir. Ja. Die Hälfte. Über die Hälfte würde ich sogar sagen. Und da haben wir das Ende. Wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Däumchen da. Denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sag euer Jaso. So.